Was ist los? Gruppenführer, Sie stehen unter Arrest. Verdacht der Fahnenflucht. Ziehen Sie sich an, wir müssen Sie mitnehmen. Das Zimmer durchsuchen. Das ist die erste Karte, der Gärten, die Einzelne. Wir können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Ich übernehme für alles die volle Verantwortung. Anders kann man das nicht machen. Nimm es zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen. Die braucht eh keiner mehr. Was soll das heißen? Sie können Fägelein nicht finden. Gezuchen Sie ihn, ey. Ich will Fägelein sehen. Zerfahrt. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat. Bringen Sie mir Fägelein. 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 Fägelein.